JANU SHIRSHA PIDHA HALASANA ist der Ohrenpflug. Vom Pflug ausgehend beuge die Knie und gib die Knie seitlich neben die Ohren auf den Boden und drücke dann auch mit den Knien etwas gegen den Kopf. JANU heißt Knie, SHIRSHA Kopf und PIDHA heißt Drücken. Manchmal wird das auch genannt die Knie-Kopf-Presse.